Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden natürlich wieder eine Partie aus der Bundesliga anschauen, denn Bundesliga-Wochenende sind nicht so super auf, da wollen wir das natürlich ausnutzen. Heute habe ich mich für die Partie zwischen Nijad Abasov und Hikaru Nakamura entschieden, aus dem einfachen Grund, dass diese beiden auch in sechs Wochen beim Kandidatenturnier mitspielen werden und dort natürlich dann auch gegeneinander antreten müssen. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, wie diese Partie vorher ausgeht und natürlich auch, wie sie verläuft. Denn ja, gerade vor dem Kandidatenturnier haben die Kandidaten häufiger mal das Problem, dass sie zum Beispiel die Eröffnungen, die sie dann beim Kandidatenturnier spielen möchten, einfach nicht zeigen können oder wollen, weil ja, am besten ist es natürlich ein paar Überraschungen bereit zu haben. Und deshalb schauen wir mal, wie die beiden hier spielen. Im Übrigen, ja, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht einige von euch Nijad nicht kennen, er ist eine etwas andere Hausnummer als Hikaru, würde ich sagen, der hat sich über den Weltcup qualifiziert, wo er den vierten Platz machte, da Magnus Carlsen ja seinen Platz vom Weltcup nicht wahrnehmen möchte und daher ist er dann der Dritte, der danach rutscht neben Fabiano Caruana und Pragnananda. Nijad spielt, soweit ich weiß, im Prinzip jeden ersten Zug und er entschied sich für diese Partie für D4. D5, C4, E6. Ja, Hikaru hat ja tatsächlich für so einen Top-Spieler, also einen Spieler dieses Kalibers, ein recht enges Repertoire und ja, abgelehntes Damen-Gambit ist eine seiner Hauptwaffen auch schon immer. Und nach Springer F3 spielt er A6. Ja, das scheint mir tatsächlich eher so ein Zug zu sein, der ein bisschen die Vorbereitung für das Kandidatenturnier verschleiert. Also A6 ist inzwischen eine ernstzunehmende Variante, aber ich würde behaupten, im Kandidatenturnier würde das nicht spielen. Auf jeden Fall folgt der Läufer G5, Läufer E7 schlägt, schlägt und Springer D2. Also Weiß entwickelt erst diesen Läufer und stellt dann den Springer nach D2, wo er dann vermutlich, wenn Schwarz mal auf C4 schlägt, dann auch zurückschlagen kann. Springer F6 und G3. Plötzlich haben wir ja eine mehr oder weniger katalanische Stellung, also Weiß bringt den Läufer nach G2 und möchte dann rochieren. Hier spielte Hikaru C5 und nach D schlägt C5, rochade, folgte Läufer G2. Und hier spielte Hikaru etwas komisch. Ich habe versucht zu rekonstruieren, was hier schiefgelaufen ist, denn er spielte nach wie vor sehr, sehr schnell. Aber sein nächster Zug war ein recht grober Fehler. Und ja, das hat mich natürlich etwas verwirrt. Das spricht einfach dafür, dass er seine Vorbereitung vergessen hat. Aber das Problem war, ich wollte natürlich auch wissen, was er stattdessen vorbereitet hat und so ganz sicher bin ich mir nicht. Also meine Theorie ist, dass er hier gerne den Zug A5 spielen wollte. Das verhindert B4 und nach rochade, Springer BD7, gewinnt Schwarz auf jeden Fall diesen Bauern auf C5 zurück. Hier kann man sich sicher streiten, ist die Stellung ausgeglichen, hat Weiß noch leichten Vorteil. Aber ich sag mal, das kann auf jeden Fall was sein, was Hikaru für diese Partie angestrebt hat. Er spielte aber den Zug D4. Die Idee sieht so ähnlich aus, also er möchte wahrscheinlich Turm D8 spielen, A5 und dann eben so langsam diesen Bauern abholen. Huch. Okay, lassen wir den Fall. Aber das Problem ist, Weiß kann diesen Bauern schlagen und das hat er auch gemacht. Und ja, je nach Dame C5 zum Beispiel kommt Springer B3. Und hier hat Schwarz einfach einen Bauern weniger. Also Weiß wird rochieren und der C4 ist ein Mehrbauer. Hikaru spielte Turm D8 und nach Springer B3 spielte er A5. Also das sieht nach einer typischen Idee aus. Das Problem ist aber, dass die Drohung A4 jetzt erstmal gar nicht so eine schlimme Katastrophe ist. Also selbst, wenn Weiß irgendwie rochiert, A4, Springer C1 und Springer C6 oder auch Springer A6. Schwarz bekommt diesen Bauern zurück, aber irgendwie, also nach so richtig ausreichend Kompensation für den Bauern, sieht mir das nicht aus für Schwarz. Deshalb, ja, glaube ich, dass da schon vorher was schief gelaufen ist. Aber Nijad spielte sogar noch stärker, er spielte hier den Zug A4. Und, ja, nach A4 kommt eben kein schwarzes A4 mehr und Schwarz muss sich sonst einfallen lassen, wie man diesen Bauern abholt. Er entschied sich für Springer FD7 und nach Rochade Springer C5, Springer C5, Dame C5. Also der Punkt ist, er möchte, glaube ich, ganz gern mit diesem Springer flexibel bleiben. Deswegen hat er den F-Springer benutzt, um den Bauern abzuholen. Nun kam Springer E4, Dame C7, Dame C2, Springer A6, also Schwarz versucht zumindest den Springer auf die schwarzen Felder zu bringen, denn, ja, C4 und A4 haben natürlich zumindest B4 geschwächt und auch C5 ist mehr oder weniger schwach, weil Weiß nicht mehr B4 spielen kann. Aber ja, nach Turm D1, Läufer D7, Springer G5 sieht immer noch sehr vielversprechend aus für Weiß. Also man hat einen Bauernmeer und natürlich hat Weiß auch noch irgendwie so ein bisschen die Initiative, weil man direkt am Königsflügel angreift. Und hier zum Beispiel ist ganz wichtig, in solchen Stellungen, wie reagiert man. Also H7 hängt, was ist die beste Verteidigung für Schwarz? Es gibt immer zwei Ideen, G6 und F5. F5 hat den Nachteil, dass der E6-Bauer geschwächt wird, G6 hat den Nachteil, dass die schwarzen Felder geschwächt werden. Und natürlich am Ende ist das immer sehr stellungsabhängig, aber ich würde sagen, im Allgemeinen will man wahrscheinlich eher F5 spielen, weil nach sowas wie G6 sind die schwarzen Felder wirklich sehr, sehr schwach. Und nach Springer E4, Läufer C6, zum Beispiel Springer F6, König G7, Dame C3, sieht das sehr unangenehm aus. Also ja, Schwarz kann noch E5 spielen, aber auch dann wird der Druck auf den E5 erhöht und das sieht einfach nicht gut aus. Nach F5 sieht es gar nicht so katastrophal aus und hier sollte man auch überlegen, wie man mit Weiß fortsetzt. Wenn ihr wollt, haltet gerne das Video an, das ist eher eine strategische Aufgabe. Und ja, Ninjad hat hier einen sehr typischen Zug gespielt, aber das war wahrscheinlich gar nicht der Beste. Ich denke, das Beste für Weiß ist, das Springer H3 zu spielen. Nach F5 ist der Springer auf G5 gar nicht mehr so super sinnvoll, deswegen ergibt es Sinn, den umzugruppieren. Und der möchte jetzt nach F4 gehen und dann später kann man mal über E4 nachdenken. Aber Ninjad spielte sofort E4. Und ich sag mal, nach H6 kann man natürlich immer noch Springer H3 spielen, aber tatsächlich war E4 wahrscheinlich einfach etwas früh. Denn nach Springer B4, Dame B1, Läufer C6, ist es gar nicht so einfach für Weiß. Also ja, das Problem ist, dass auch der C4 hier ein bisschen schutzbedürftig ist. Ich dachte, vielleicht kann man Springer F4 spielen und ausnutzen, dass E6 schwach ist. Aber nach Turm D1, Dame D1 und F schlägt E4, ist Springer schlägt E6 zum Beispiel gar nicht so toll wegen Dame E5. Und plötzlich wird Schwarz sehr aktiv und hat hier auch ganz gutes Gegenspiel, zum Beispiel ist E3 mal eine Idee, um auch den Weißen König etwas aufzureißen. Das heißt, ja, E4 war einfach etwas zu früh. Ninjad spielte stattdessen Springer F3, das sieht natürlich auch ganz logisch aus. Aber auch hier, nach F schlägt E4, Dame schlägt E4, kommt plötzlich der Springer nach C5 mit Tempo. Und man muss sagen, dass Schwarz hier in den letzten Zügen auf jeden Fall mehr erreicht hat als Weiß. Weiß hat immer noch einen Bauern mehr, aber dafür werden die schwarzen Figuren jetzt aktiv. Und nach Dame C2 kam auch noch Läufer C6. Jetzt ist auch noch der Läufer aktiv. Ja, Turm E1, hier hat Hikaru sich entschieden, auf F3 zu schlagen. Das ist eine interessante Wahl. Strategisch, ja, gar kein blöder Zug natürlich. Der Punkt ist, dass dieser Springer auf C5 natürlich, ja, diesen Läufer auf G2, also die neutralisieren sich irgendwie, die spielen nicht so richtig gegeneinander. Neutralisieren ist wahrscheinlich das falsche Wort. Aber Schwarz könnte auch versuchen, einfach zum Beispiel mit Dame B6 diesen Damenflügel lahmzulegen. Denn am Ende, man hat ja nur einen Bauern weniger. Und wenn der sich nicht bewegen kann, dann ist das, ja, im Prinzip wie kein Bauer. Nach Läufer F3 war die Idee einfach, dass Schwarz hier sehr schnell auf der D-Linie spielen kann. Nach Turm D1, Turm D8. Schauen wir mal, wie es weiterging, weil dann wird, glaube ich, noch klarer, warum Hikaru diesen Tausch angestrebt hat. Dame D7. Ja, jetzt folgte Läufer H5, Turm D3. Also Schwarz versucht hier, Figuren zu tauschen und möchte gern auch in einem Endspiel mit Springer Bauer weniger gegen diesen Läufer übrig bleiben, weil der weiße Damenflügel einfach komplett stillgelegt ist und hier kann gar nichts passieren. Das heißt, der Mehrbauer von weiß ist einfach nichts wert, weil er in keinen Freibauern verwandelt werden kann. Ja, es folgte Dame E2 und B6. Und hier spielte weiß Läufer G6. Das war tatsächlich nicht so toll. Besser wäre es, wenn man Turm F3 spielt. Und nach Schlägt, Dame schlägt, ja, Schwarz hat diesen tollen Springer auf C5, aber weiß kann hier auf jeden Fall weiter probieren, denn der schwarze König ist sehr schwach. Man kann zum Beispiel mal über Läufer G6 nachdenken, wie in der Partie. Läufer G6 an dieser Stelle ist aber tatsächlich einfach ein Fehler. Warum? Schwarz schlägt auf E3. Ja, mit dem F-Bauern möchte man natürlich nicht wirklich schlagen, deshalb schlägt weiß mit der Dame. Aber hier folgte Dame D1 Schach. König G2 sieht erstmal nicht so schlimm aus. Und Dame G4. Und ja, jetzt ist das schon direkt ein bisschen unangenehm. Läufer hängt und Bauer hängt. Es folgte Läufer D3 und Dame D1. Jetzt wieder Läufer hängt und Bauer hängt. Und ja, der Läufer wurde jetzt im Prinzip erstmal zurückgeholt. Also auf G6 steht er sehr aktiv, auf E2 nicht mehr so. Deshalb hat Ticcaro ihn nach E2 gelockt und jetzt hat er auf A4 geschlagen. Plötzlich ist das Material wieder ausgeglichen und Schwarz hat immer noch diesen guten Springer gegen diesen schlechten Läufer. Deshalb muss weiß aktiv spielen und das macht Ninjat hier auch sehr gut. Er spielt Dame E5, König H7 und Dame D6. Dame B3. Okay. Weiß deckt erstmal den Bauern auf B2, weil natürlich, wenn der fällt und dann der A-Bauer läuft, kann er sehr schnell sehr schief laufen. E5. Und ja, hier ist auch die Frage, wie sollte Weiß weiterspielen? Das kann man tatsächlich ganz gut mit allgemeinen Regeln lösen, aber am Ende natürlich in Zeitnot und wenn man konkret rechnen muss, ist es nicht so einfach. Und hier hat sich Ninjat vermutlich einfach verrechnet. Er spielte Läufer G4. Besser wäre es Dame D5. Die Idee ist tatsächlich die gleiche, aber der Punkt ist, die Dame möchte gern so aktiv und zentral wie möglich stehen, weil das schränkt sich die gegnerischen Figuren am meisten ein. Und hier zum Beispiel nach Dame B2 kann man jetzt eben ganz gut Läufer G4 spielen. Es droht Läufer F5. Das ist gar nicht so einfach zu verhindern. Dame C2 oder Dame B1. Und hier, ja, nach Dame F7 droht schon wieder Läufer F5. Schach und hier spielen wir natürlich F3, weil Weiß möchte die Drohung Läufer F5 aufrechterhalten. Dame A8 und Läufer F5. Und nach König H8, Dame G6 muss Schwarz entweder Dame G8 oder König G8 spielen und Weiß nimmt dann auf B6. Das destabilisiert den Springer ein bisschen und der schwarze König bleibt schwach. Also hier hat Weiß dann auf jeden Fall gute Chancen, noch weiter die Initiative zu behalten. Ob das am Ende irgendwie für einen vollen Punkt reicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber hier steht Weiß auf gar keinen Fall schlechter. Nach Läufer G4 ist das Problem, dass hier der C4-Bauer fällt. Und plötzlich steht natürlich die schwarze Dame auf C4 deutlich besser als auf B2. Und nach Läufer F5 und G6 hat man das zusätzliche Problem, dass die weiße Dame eben nicht auf die siebte Reihe kommt. Es folgte Läufer B1 und Dame D4. Und jetzt dringt die weiße Dame gar nicht mehr in die Stellung ein. Dame E2 und E4. Und ja, hier spielt der Weiß H4. Das sieht ganz logisch aus. Wahrscheinlich sollte man Dame G4 probieren und dann nach F4 auf die F-Linie. Irgendwie nach C7 oder F7. Aber das ist keine einfache Stellung. Stattdessen spielt der H4, aber nach H5 wird es eben komplett schwierig, diese Dame zu aktivieren. Und ja, hier spielt der Weiß F3. Wahrscheinlich sollte man irgendwie versuchen, B3 zu spielen und dann irgendwie Gegenspiel zu bekommen. Aber alles nicht so einfach. Und nach F3, E3, F4, Dame D2. Sieht das schon sehr schlecht aus für Weiß, denn nach König F3 folgt auch noch Springer B3. Und nach Dame schlägt E3. Also vielleicht kurz Dame D2. Springer D2 verliert einfach eine Figur. Und nach Dame E3, Springer D4, König E4, Dame B2 ist das Problem. Man kann auf D4 schlagen, aber man möchte nicht so richtig, wegen Dame schlägt B1. Und nach König D5, Springer F5, weiß nichts Besseres, als jetzt doch den Läufer abzugeben. Aber nach Dame B5, König D6, Dame F5 sieht das Endspiel auf den ersten Blick recht hoffnungslos aus. Aber ganz so einfach ist es gar nicht für Schwarz. Es folgte Dame E7, Schach, König G8 und Dame E5. Und die Hauptidee hier für Weiß ist es, dass man natürlich ganz gerne einen Freibauern haben möchte, der dann möglichst schneller ist als der Schwarze. Hikaru geht natürlich nicht in dieses Bauernendspiel und versucht seinerseits einen Freibauern zu bekommen, der schneller ist als der Weiße. Auch hier gilt, Weiß darf nicht nehmen, denn nach König F7, König B5, König F6, König A5, König F5 ist Schwarz einfach um Meilen weit voraus. Also er wird hier einfach alle Bauern am Königsflügel wegnehmen. Und deshalb folgte König D7 und hier spielte Schwarz A4. Ganz wichtig auch hier, man darf nicht auf E5 nehmen, denn hier ist eben der Weiße Bauer schneller. Auch das, ja, mehr oder weniger deutlich, weil die Dame mit Schach einzieht. Ähm, ja, nach A4 fand Weiß aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke Verteidigung, beziehungsweise, ja, das ist einfach, ohne diese Idee kann man einfach aufgeben. Weiß spielte G4. Äh, hier schlug Schwarz auf G4 und das hat ihm wahrscheinlich die Aufgabe etwas erschwert. Tatsächlich, jetzt nach A4 wäre Dame schlägt E5 möglich. Und nach schlägt A3, E6, A2, E7, A1, E8 kann man König H7 spielen. Der Punkt ist, Weiß hat keinen Schach auf der siebten Reihe wegen Dame G7. Und sowas wie G schlägt H5 geht nicht wegen Dame A4. Das würde die Damen tauschen und dann läuft der B-Bauer einfach durch. Und, ja, wenn zum Beispiel Dame E4 kommt, um diesen Bauern zu fesseln, sodass man dann G schlägt H5 spielen kann, gewinnt Dame F6 mit der Idee, dass nach G schlägt H5 wieder die Damen getauscht werden. Ja, keine super schwere Variante, aber wir sind schon bei Zug 55 und, ja, hier hat man nicht mehr so super viel Zeit, die Partie ist schon lang. Und, ja, vielleicht dachte sich Hikaru auch, okay, warum soll ich den denn nicht nehmen? Noch ein Bauer. Aber die Idee von Weiß ist, H5 zu spielen und immer weiter Bauern zu opfern, um den Königsflügel zu öffnen. Zum Beispiel hier nach G schlägt H5, Dame E6, König G7, F5 hat Schwarz keinen Weg mehr, die Partie zu gewinnen. Nach Dame D4 folgt König E7 und plötzlich sind der F-Bauer, die Dame und der König so ein gutes Trio, dass, ja, Weiß hier immer mindestens Dauerschach hat. Deshalb spielt die Hikaru Dame F8, das ist auch klar der Beste. H schlägt G6 und Dame G7. Auch hier wieder, dieses Bauernendspiel ist völlig verloren und, ja, nach König E7, A2, F6. So werden am Ende die Damen getauscht mit Dame A3 oder, ja, mit Dame G7, das ist auch okay. Deshalb folgte König D8. Im Übrigen, also wir haben jetzt schon viele Varianten gesehen, in denen man irgendwie den Übergang ins Bauernendspiel berechnen musste. Das ist natürlich auch sehr typisch für Damenendspiele und zeigt, warum man wahrscheinlich sehr früh mit Bauernendspielen, also mit dem Training von Bauernendspielen anfangen sollte, denn, ja, sie helfen bei vielen Endspielen. Ja, nun folgte Dame G6, F5, Dame G5. Wieder sieht es recht simpel aus nach König E8, G3. Dame E6, König H7 kann die Dame immer Schachs blockieren. Es folgte F6, G2. Und nach F7 muss Schwarz plötzlich nochmal aufpassen. Nach G1 Dame könnt ihr gerne mal kurz das Video anhalten und überlegen, wie ihr mit Weiß spielen würdet, weil das ist ein ganz spannender Moment und hier kann man gut rechnen. Weiß sollte hier natürlich den Bauern umwandeln, aber tatsächlich nicht in eine Dame, sondern in einen Springer. Der Punkt ist, König G7 ist einfach sofort matt nach Dame F7, König H8 oder König H6 und Dame H7. Und König H8, ja, es wird auch matt. Es dauert ein bisschen länger, aber tatsächlich wird auch hier die Dame auf die siebte Reihe gebracht. Und nach König F6, Dame E6, König G7, Dame F7 gibt es wieder das gleiche matt. Das heißt, ja, F8 Springer setzt einfach forciert matt. Deshalb fand Hikaru hier wieder den einzigen Zugnahme B5 Schach. König D8 und G1 Dame. F8 Dame. Und ja, völlig verrückte Stellung, vier Damen auf dem Brett, aber das legt sich gleich. Schwarz beginnt Schachs zu geben und nach König C7, Dame C5 tauscht sich zumindest die erste Dame ab. Und jetzt nach Damen schlägt C5 auch nochmal ein sehr spannender Moment. Schwarz kann hier mit zwei Figuren auf C5 schlagen, aber tatsächlich gewinnt nur einer der beiden. Und ich finde, das ist auch nochmal sehr bezeichnend für Damenendspiele und dafür, wie kompliziert sie sind. Also Schwarz sollte hier mit den Bauern schlagen und nach König C6 einfach C4 spielen. Der Punkt ist so ein bisschen, die schwarze Dame steht hier sehr aktiv, der A4-Bauer interessiert an sich keinen so richtig. Also Weiß kann versuchen, den wegzunehmen, das wird aber auch eine Weile dauern. Und solange die Dame im Zentrum steht, wird Weiß nie Dauerschachs haben. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der König wird sich einfach langsam in Richtung des Bauern bewegen. Hikaru entschied sich aber für Dame C5. Der sieht vielleicht auch, also für mich, vielleicht auch für euch logischer aus. Denn Schwarz behält hier zwei verbundene Freibauern. Aber tatsächlich nach König B7, A3, ist die Stellung Remi. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier gerne mal überlegen, wie ihr mit Weiß weiterspielen würdet. Ich kann euch verraten, es gibt zwei Züge, die Remi halten. Ich sag mal, die Chance, dass ich diese Stellung Remi halten würde, wenn ich sie in der Partie bekomme. Selbst wenn ich den richtigen Zug finde, ist wahrscheinlich nahe Null. Aber, ja, vielleicht könntet ihr das besser. Die Tablebase kann das auf jeden Fall. Aus meiner Sicht, der, ja, vielleicht typischste Damen-Endspielzug ist hier König A6. Der Punkt ist, der König geht aus der siebten Reihe weg, sodass es keine Gegenschachs gibt. Und Schwarz kann hier nicht so richtig weiterkommen. Also der A-Bauer kann nicht ziehen. Und, ja, natürlich Dame A5, König B7 dezentralisiert die Dame. Und jetzt kann Weiß direkt versuchen, Schachs zu geben. Das heißt, ja, das hilft nicht so richtig. Und nach B5, Dame H3, König G6, Dame G3. Und, ja, zum Beispiel König F6, Dame F3, König E7, Dame E4. König D7, Dame G4. Ist das hier offenbar Dauerschach. Ob man das am Ende in der Partie wirklich Dauerschach spielt? Also, wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Chance sehr, sehr gering. Gerade, wenn man dann auch wenig Zeit hat. Selbst mit viel Zeit. Sie wird weniger, weil man muss immer überlegen, wo man das nächste Schach gibt. Aber ich finde es einfach krass, dass dieses Endspiel nach König A6 angeblich Remis sein soll. Und noch krasser finde ich, dass hier nach dem Zug Dame F6, B5, Weiß aufgab. Also, die Stellung ist im Prinzip, also nicht im Prinzip, die Stellung ist auch objektiv wieder gewonnen. Weil der König auf B7 irgendwie sehr ungünstig steht. Aber, ja, ein Zug vorher war es noch Remis. Und es ist jetzt nicht, dass Weiß irgendwie was eingestellt hat oder so, ja. Das sollte uns, glaube ich, einfach nochmal zeigen, wie schwer manche Stellungstypen sind. Und, ja, dass die Engine-Bewertung am Ende auch nicht über jeden Stellungstyp wirklich was darüber aussagt, wie diese Partie ausgehen wird. Denn, also, ich denke, jeder hätte hier wahrscheinlich dauerhaft gesagt, dass er Endspiel ist gewonnen für schwarz. Also, wenn ich nicht den Computer eingeschaltet hätte, hätte ich nicht gemerkt, dass das zwischendurch mal Remis war. Aber, ja, Hikaru hat ein bisschen zu viel Gegenspiel zugelassen, aber am Ende eben doch gewonnen. Und vielleicht, wenn wir nochmal kurz an das Mittelspiel denken, Weiß hatte am Anfang mal einfach einen glatten Bauernmäher, ja. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, solche Partien zu verlieren. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass es so sehr typisch passiert. Also, ja, Ninja hat eigentlich eine ganze Weile ganz gut gespielt. Und dann plötzlich, ja, fand er nicht so den richtigen Plan. Und die Stellung wurde immer so ein bisschen schlechter, bis schwarz ganz gute Kompensation hatte. Und irgendwann entglitt ihm die Partie völlig und er verlor dann den Mehrbauern. Und dann wurde es schwierig. Und, ja, dann hat er es nicht so richtig in den Verteidigungsmodus geschafft. Beziehungsweise, ja, er hat dann sich eben nicht perfekt verteidigt. Ist auch nicht einfach. Und so hat er die Partie dann sogar noch verloren. Ja, was glaubt ihr, wie werden sich die beiden im Kandidatenturnier schlagen? War das vielleicht sogar schon ein Vorbote für das Kandidatenturnier? Oder, ja, vielleicht wird es da dann doch ganz anders aussehen. Was glaubt ihr? In knapp sechs Wochen in Toronto geht's los. Da werden wir natürlich auch die eine oder andere Partie sehen. Aber selbstverständlich auch von den Frauen. Bis dahin ist aber noch so viel Zeit. Da werden wir noch eine ganze Menge Partien auf diesem Kanal anschauen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.